ARD Text im Auftrag von Funk Da gehört sonst mal vorne... Stimmen. Der Gratzug. Die Toten. Sie haben das gleiche Hemdchen angekommen. Und der Rosenkranz gebettet. Ich glaube, dass die Geschichte vor allem die Abendunterhaltung war. Ja. Die waren ein bisschen schlimmer. Da ist das schon aufkommen. Mit zettigen Augen. Und wie ein Superteller. Und die Zunge füren. Dann haben sie ein bisschen Angst gemacht. Ja. Die Awinna ist, oder die Richtpersonen, war eine arme Seele. Und zwar vom Gratzug. Eine arme Seele einen Menschen küsst. Oder geperiert. Und dann stand er da noch in der Ecke mit den Rosen. Scheinegraue Hosen, blieb in den Händen. Und ganz freundlich lachen. Das Lachen könnten wir nicht nachvollziehen. Das ist wirklich so. Das typische Ghost Whisperer-Gefühl. Wenn die dann ins Licht gehen, dann muss ich jedes Mal heulen. Weil das ist das Gefühl von absolutem Frieden. Die gehen zu Hause. Die kommen an. Dann gehen die